Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meiderns Meinung und dazu begrüße ich natürlich Alfred Meidern. Hallo Alfred. Hallo auch. Wir haben einiges vor, viele Zahlen, viele spannende Themen, diesmal sehr viel aus Deutschland, unüblicherweise. Und wir fangen gleich mal an mit der Deutschen Bank. Logischerweise haben Zahlen gebracht. Wie schätzt du die Zahlen an? Ja, die Zahlen waren überraschend gut, also besser als von den Analysten erwartet. Ein Vorsteuergewinn von einer Milliarde Euro. Selbst nach Steuern und nach allen Kosten ist noch ein Mini-Gewinn übergeblieben. Der erste Gewinn seit 2014. Aber man sieht, die Feierlaune hält sich in Grenzen. Wir haben rote Vorzeichen. Die Aktie waren einmal kurz vorwürstlich im Plus, ist dann aber ins Minus gedreht. Das hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Also für mich ist eigentlich das Schlimmste an den Zahlen, also andersrum, es ist eigentlich ganz gut, man hat das den größten Gewinn gemacht im Investmentbanking, nämlich 3,2 Milliarden Euro vorsteuern. Das aber wiederum heißt, wenn ich eine Milliarde gesamt mache und 3,2 Milliarden im Investmentbanking, dass ich sonst doch einen ziemlichen Verlust eingefahren habe. Und dass man ausgerechnet in der Sparte, die man gestutzt und gekürzt hat, den größten Gewinn gemacht hat, zeigt, dass man sich das hätte besser sparen sollen. Ich habe es ja immer gesagt, warum schneidet man sich da das Geschäft ab, wo man das meiste Geld verdienen kann, wenn die Märkte wieder laufen? Jetzt laufen sie. Und die Deutsche Bank ist eben zwar dabei, aber eben nur zum geringen Teil. Man hat zum Beispiel auch in Deutschland ja den Zertifikatehandel komplett aufgegeben. Hier wird richtig Geld verdient im Moment und das ist natürlich schon enttäuschend. Und als Ausblick zu sagen, wir säcken weiter die Kosten, ist natürlich auch ein bisschen dünn. Also ich bin eh davon überzeugt, dass man jetzt keine Fernstitel haben muss. Und man sieht es ja auch im Kursverlauf der letzten Monate. Klar, die Aktie hat sich von den Wertstiefs ein bisschen erholt, aber viel passiert ist dann nicht mehr. Also muss man echt nicht haben. Und ja, schade eigentlich. Man hätte das auch anders haben können. In Amerika beispielsweise setzen wir weiter auf Investmentbanking. Genau. Und da sprudeln die Gewinne. Also so wird es gemacht. Ganz einfach. Man muss halt auch mal schlechte Phasen durchhalten und sich dann, ja, jetzt wird richtig Geld verdient und leider bei der Deutschen Bank eben nur zu einem Teil. Dann schauen wir mal auf den nächsten Wert. Daimler. Auch spannende Neuigkeit. Man will die Lkw-Sparte an die Börse bringen. Wir sind seine Aktie zuletzt auch kräftig gestiegen. Wie siehst du diese Maßnahme? Ja, macht schon Sinn. Die Investoren und auch die Analysten haben das schon lange gefordert, dass die Lkw-Sparte abgespaltet wird. Die Aktie ist jetzt 10 Prozent gestiegen. Ob das jetzt wirklich so wichtig ist, weiß ich nicht. Letztendlich ändert das ja einer Firma unterm Strich nicht viel. Aber natürlich ist es besser, man hat mehrere Sparten. Ich hätte mir gewünscht, man hätte gleich noch die Elektroautosparte, die man ja nur zum kleinen Teil bisher hat, noch abgespaltet und hätte die alleine laufen lassen. Denn das macht wirklich Sinn, dass man da nicht mehr in den Fängen der Benziner ist, sondern da eine eigene Firma auf die Beine stellt. Das wäre toll gewesen. Aber so ist nicht schlecht. Rechtzeitig aber glaube ich nicht diesen Anstieg. Und ich bin ohnehin kein Freund von Daimler. Also insoweit. Auch das überzeugt mich jetzt nicht, dass ich jetzt morgen Daimler oder heute noch Daimler-Aktien kaufe. Auch gestern habe ich keine gekauft. Also ist okay, zumal ja auch die Truck-Sparte unheimlich profitabel ist und sehr gut läuft. Also das wäre dann wirklich mal eine Aktie, die man sich glaube ich mal anschauen könnte, wenn sie dann an der Börse ist. Aber im Moment muss man da bei Daimler glaube ich nicht aktiv werden. Gibt es sowieso einen deutschen Autobauer, den du kaufen würdest? Also mir gefällt ja am besten im Hinblick auf E-Mobilität und das ist wirklich das Wichtigste für einen Autobauer im Moment. Alles andere ist zweitrangig. Da ist VW am besten aufgestellt, aber dennoch würde ich auch da jetzt nicht unbedingt zugreifen. Dann wechseln wir mal den Sektor, schauen auf Vata. Hatten wir in den letzten Wochen immer wieder mal dabei. Am 18. Februar wird spannend, dann legt Vata Zahlen vor. Kommt da mal wieder ein bisschen Normalität ran, weil zuletzt war ja immer diese Geschichte mit Short-Sellern, Reddit-Usern. Ja, ich hoffe, man sieht es ja auch jetzt schon, die letzten Tage, es hat sich ein bisschen beruhigt, also dieser extreme Anstieg. Da sind tatsächlich viele Leerverkäufe ausgestiegen, vor allen Dingen auch viele größere Adressen. Es gibt immer noch viele Leerverkaufte Aktien. Es gibt keine genauen Zahlen, aber so 25 Prozent bis 30 Prozent dürfen es immer noch sein, aber das sind dann kleinere Positionen, so die großen Positionen sind alle raus und das ist auch gut, weil das letztendlich den Kursverlauf beruhigt. Und als zweiten Faktor, es haben viele Anleger, hatten so ein bisschen Befürchtungen, hey, bei Vata sind so viele auf Leerverfallende Kurse engagiert, ähnlich wie damals bei Wirecard. Gibt es da vielleicht doch ein Problem? Ich sage es nochmal, es gibt bei Vata überhaupt kein Problem. Die Gründe für dieses Leerverkaufen waren die Konkurrenzprobleme, die sich mittlerweile geklärt hat. Jetzt, und das finde ich auch ganz gut, ist das operative Geschäft wieder im Vordergrund. Ich zeige auch gleich noch die Zahlen und die Erwartungen. Aber nochmal kurz auf den Chart. Nochmal wieder eins zurück, bitte. Zahlen gibt es, wie gesagt, genau in zwei Wochen, am 18. Februar. Und ganz interessant, man sieht es ja eigentlich kaum, aber vor den Zahlen im November ist die Aktie recht deutlich angestiegen. Dann ging es allerdings wieder runter, trotz guter Zahlen, wegen der Leerverkäufe hauptsächlich. Die sind aber, glaube ich, jetzt ein bisschen gewarnt und werden sich nicht mehr unbedingt jetzt auf Vata einschießen, denn auch mit der GameStop-Geschichte sind Leerverkäufe, glaube ich, jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, zu Recht. Schön ist, jetzt blickt man wieder auf das operative Geschäft bei Vata und das ist eine ganz wichtige Sache, denn jetzt können wir zu den Zahlen kommen. Das sind die Jahre 2018, 2019. Das ist dieses Jahr erwartet und nächstes Jahr das gelbe ist der Umsatz und das graue ist der Gewinn pro Aktie. Da sieht man diesen gewaltigen Sprung von 19 auf 20 beim Umsatz. Das liegt hauptsächlich daran, dass man ja die Consumersparte zurückgekauft hat, also die Haushaltsbatterien, diese kleinen AA-Zellen, die ich auch immer in das Spielzeug von meinen Kindern reinpacken muss, andauernd, wenn sie leer sind. Ich kaufe natürlich nur Vata-Batterien, ist klar. Absolut, ja. Aber schön ist natürlich auch, dass der Gewinn überproportional gestiegen ist und das Entscheidende ist eigentlich, dass jetzt das Wachstum von 20 auf 21 im Umsatz erstmals über eine Milliarde, die man erreichen würde, kann ich nicht malen, ich weiß es schon. Und der Gewinn wird überproportional zulegen. Und wenn ich jetzt diese 4,63 Euro nehme, die für das nächste Jahr erwartet werden pro Aktie und die auf den Aktienkurs anrechne, also auf die 145 Euro, dann komme ich auf einen KGV von 31. Und das ist für eine Firma, die mit 50 Prozent im Gewinn wächst, jetzt wirklich extrem günstig, würde ich fast schon sagen. Und auch andere Batteriekonzerne, die jetzt schon im Automobilsektor sind, haben KGVs von 70 teilweise 100. Also da ist Vata wirklich an der ganz unteren Grenze. Also das Potenzial ist gigantisch und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Aktie müsste und ich glaube, sie würde auch höher stehen, wenn diese Derverkaufsgeschichte nicht gewesen wäre. Also diese 180, die wir vor ein paar Tagen gesehen haben, das wäre für mich so der Kurs, den die Aktie heute schon haben müsste. Mein Kursziel auf zwölf Monate ist nach wie vor 260. Also das ist für mich eine Aktie, die man eigentlich haben muss und jetzt eigentlich noch mehr als vorher. So, wir schauen am 18. was passiert und vor allen Dingen, was danach passiert wird. Ich bin schon sehr gespannt. Aber vielleicht noch was, die Zahlen werden, glaube ich, sehr gut, weil Vata ist ja, oder der größte Kunde von Vata ist bekanntlich Apple und Apple hat ja sehr gute Q4-Zahlen vorgelegt und vor allen Dingen die Sparte Wearables, zu der auch die AirPods gehören, in den die Vata-Batterien sind, ist mit am stärksten gewachsen, 30 Prozent. Also das Geschäft bei Apple läuft gut und da wird es bei Vata fast zwangsläufig auch gut gelaufen sein. Nach dem Plädoyer bestimmt bin ich fest von überzeugt. So, eigentlich können wir jetzt aufhören. Genau, jetzt können wir, das war es dann, liebe Zuschauer. Nein, wir haben natürlich noch ein paar Sachen, nämlich GameStop, müssen wir weiter darüber reden. Du hast in deinem, einem deiner letzten Newsletter geschrieben, GameStop ist gut für alle, naja, für fast alle. Was machst du denn da? Ja, also GameStop ist, sag mal erstmal, für wen es nicht gut ist. Es ist nicht gut für die Leute, die bei 400 Euro, 400 Dollar eingestiegen sind. Jetzt ist die Aktie bei unter 100. Ich habe es ja vor letzter Woche gesagt, nee, vorgestern gesagt. Am letzten Donnerstag habe ich es gesagt, dass wir Kurse von unter 100 sehen werden. Und ich glaube, wir sehen auch noch Kurse von unter 50, denn da gehört die Aktie auch fundamental hin. Aber es wird noch ein bisschen dauern, es wird nach wie vor wild rumgezockt. Also die verloren haben die, die hoch eingestiegen sind, auch viele der Reddit- und Wallstreet-Best-Trader natürlich. Verloren haben natürlich auch die Hedgefonds, die größtenteils hier irgendwo eingestiegen sind und die größtenteils hier oben irgendwo raus sind. Die haben auch keine Lust mehr auf die Aktie und haben verloren. Aber Gewinner sind eigentlich alle anderen. Und zwar, das Interessante ist, GameStop hat ja zu diesen Handelsbeschränkungen bei Robin Hood und anderen Brokern geführt. Da war ein Riesenaufschrei, wie kann man sowas machen und das wird die ganze Börse behindern. Genau das Gegenteil ist passiert. GameStop war so in den Medien, hat so viele neue Leute animiert, an die Börse zu kommen. Ich will nicht sagen, dass es alles Zocker sind. Da sind wahrscheinlich auch ganz normale Investoren dabei. Nur mal an meine Zahl zu nähern. Robin Hood hatte am letzten Freitag, die App von Robin Hood hatte 600.000 Downloads. Damit war sie auf Platz 1 im App Store und bei Google Play. Also die meist runtergeladene App vor TikTok. Man glaubt es kaum. Und 600.000 Downloads, wenn jetzt nur die Hälfte davon neues Konto aufmacht, haben wir 300.000 neue Aktionäre an einem einzigen Tag. Also das ist schon irre, was da gerade passiert. Und daher, wir wissen es alle, mehr Aktionäre bedeutet mehr Kaufnachfrage und das bedeutet letztendlich dann auch steigende Kurse. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur Zocker sind, sondern normale Aktionäre. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch noch weit steigende Kurse bekommen. Und zwar bei vielen Aktien. Ich will nicht sagen bei allen, aber doch bei vielen. Wenn du jetzt schon diesen Börsenboom ansprichst, sehen wir bei der nächsten Aktie. Und da haben wir jetzt... Achso, jetzt gibt es nochmal den Fünf-Tages-Chart. Genau, ja. Ja, da sieht man nochmal, dass sich das auch beruhigt hat bei GameStop. Massiv beruhigt. Aber wie gesagt, ich glaube, es kann nochmal einen Spike nach oben geben, aber diese Region, ich lege mich jetzt wirklich nochmal fest, die erreichen die nicht mehr. Alles klar. Ja, untere. Dann sprechen wir trotzdem noch ein bisschen weiter über den Börsenboom, weil wie ich gesagt habe, man sieht es auch bei diversen Aktien. Flatex beispielsweise. In der Woche Zahlen vorgelegt, die waren richtig stark. Zuletzt ist es auch Analystenstudien. Ist das dieser Boom, den du gerade angesprochen hast? Ja, ja, extrem. Also nicht nur in den USA, auch in Deutschland haben wir einen massiven Zulauf an Aktionären schon im letzten Jahr. Und der hat sich jetzt im Januar nochmal beschleunigt, was man eigentlich kaum für möglich gehalten hat. Also Flatex hat im Januar 130.000 neue Kunden, neue Konten aufgemacht. Zum Vergleich, im letzten Januar waren es 35.000, also fast viermal so viele. Man hat auch die Prognosen angehoben, man will in diesem Jahr jetzt 550.000 bis 750.000 neue Kunden gewinnen. Also fast eine Verdopplung zu der ursprünglichen Prognose. Na klar, wenn man schon 130.000 im ersten Monat hat, dann ist es natürlich, ob das jetzt so weitergeht, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall starten mit einem unheimlichen Schwung ins neue Jahr. Und auch diese Kurssteigerung sind da natürlich irgendwo auch gerechtfertigt. Vielleicht noch kurz ein Disclaimer. Ich darf zu Flatex keine Einschätzung abgeben, weil die Firma ist mit der Börsenmedien AG, für die ich arbeite, verbunden. Und daher habe ich ein Schweigegebot. Zumindest, ich darf über die Aktie reden, aber ich darf sie nicht einschätzen. Würde ich jetzt auch gar nicht können, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nur, das Geschäft brummt und das belegen ja die Zahlen, die jetzt gerade rausgekommen sind. Und das geht übrigens auch, wir sehen gleich noch eine andere Aktie, auch für fast alle Aktien, die aus dem Bereich Finanzdienstleistungen kommen und die mit Börse zu tun haben. Und dann klicken wir doch gleich mal weiter und schauen auf diese Aktie. Es geht nämlich um Tradegate und wir sehen, die Aktie ist extrem geschehen. Genau. Also eigentlich ist es von mir auch fahrlässig gewesen, die Aktien schon eher mal zu empfehlen, weil Tradegate ist ja ohnehin ein Handelsplatz, der sehr stark von Privatanlegern genutzt wird, der auch sehr gut funktioniert, muss man auch mal dazu sagen. Und Tradegate, auch mal ein paar Zahlen zu nennen, das kam glaube ich auch gestern raus. Man hat im Januar 8,2 Millionen Transaktionen gehabt, hat Aktien im Gegenwert von 43,6 Milliarden Euro behandelt. Das sind Zuwächse von 180 und 120 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also auch hier extreme Zuwächse. Und was ganz interessant ist, dass die durchschnittliche Ordergröße, die ist gefallen. Also die Leute haben mehr Transaktionen gemacht, aber die Ordergröße ist im Schnitt von 6.000 auf 5.300 gefallen. Was wohl daran liegt, dass viele Kunden kleinere Orders gemacht haben, nämlich Sparpläne. Da sind die Orders logischerweise kleiner. Und das ist für mich auch ganz wichtig im Hinterkopf, dass es eben nicht nur Zocker sind, sondern tatsächlich Leute, die Sparpläne machen, die Aktien sparen, die langfristig investieren. Und also insofern alles gut. Ja, da sieht man auch, wer die Aktie gekauft hat im November, hat sein Geld mittlerweile mehr als verdreifacht. Dass es jetzt so weitergeht, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass ihr noch einen Riesenzulauf bekommt. Und es ist schön für die Börse und auch natürlich toll für diese Firmen. Absolut. Und hier vielleicht mal Rücksetzer abwarten und dann... Ja, also da jetzt drauf springen, das würde jemand machen. Ja, das nicht. Dann schauen wir mal auf Amazon. Da gab es spannende Meldungen dieser Woche. Es gab Zahlen. Erstmals in einem Quartal über 100 Milliarden Umsatz gemacht, sogar 125,6 Milliarden, also weit drüber. Dann gab es noch die Meldung, dass Jeff Bezos zurücktritt als CEO. Genau. Und auch interessant, übergibt seinen Posten an Andy Chessy, den Chef der Cloud-Sparte. Ist das jetzt auch ein Fingerzeig, in welche Richtung es geht? Ja, gut, es ist ja schon lange so, dass Amazon verstärkt auch die Cloud vorantreibt, weil es natürlich auch eine richtige Cash-Cow ist. Hoch profitabel, das Geschäft. Und darum ist dieser Schritt auch eigentlich ganz gut. Es ist auch an der Börse relativ gut aufgenommen worden, weil Bezos weg ist natürlich schon schwierig für eine Aktie, die sehr, sehr stark an ihren CEO gebunden ist. Ich glaube, nur Tesla ist vielleicht noch stärker an den Vorstandschef gebunden. Aber so kam die Börse damit auch ganz gut zurecht. Natürlich, ich glaube, ohne diesen Vorstandswechsel hätte Amazon vielleicht sogar ordentlich zugelegt, also noch stärker zugelegt, muss man sagen. Die Aktie hat ja wenig gemacht eigentlich, denn die Zahlen waren wirklich sensationell. Tatsächlich waren dann auch die Kosten für Covid-19 geringer als erwartet. Und der Gewinn lag weit, weit über den Erwartungen. Also extrem gute Zahlen, alles gut bei Amazon. Und ich glaube auch, dass man diesen Vorstandswechsel dann jetzt irgendwann verdauen wird. Und vielleicht kommt da wirklich der Gedanke, hey, das ist der Cloud-Chef, der gibt da noch mehr Gas. Also alles gut bei Amazon. Halten, halten, halten. Okay, dann schauen wir mal auf Apple. Da brodelt momentan die Gerüchteküche. Es geht um den Automarkt, in den Apple einsteigen könnte. Angeblich gibt es Bestrebungen, eine Partnerschaft zu machen mit der Hyundai-Tochter Kia. Glaubst du, dass Apple den Automarkt aufmischen könnte? Ich habe ja immer meine Zweifel gehabt. Es gab ja schon vor ein paar Jahren dieses Projekt Titan, aus dem da nichts geworden ist. Jetzt scheint das Ganze irgendwie doch relativ konkret zu sein. Also diese Gespräche sind wohl schon sehr weit, wobei es gibt keine richtigen Quellen. Und das heißt auch, dass Apple auch mit anderen Fahrzeugherstellern spricht. Aber Kia Hyundai würde ganz gut passen auch, weil Kia hat ein großes Werk in Georgia, in den USA. Es ist alles offen. Also Fakt ist natürlich, dass der Automarkt natürlich wirklich riesengroß. Das hat die Katie Huberti von Morgan Stanley gesagt. Der Smartphone-Markt ist 500 Milliarden groß. Apple hat einen dritten Marktanteil. Der Automarkt ist 10 Billionen Dollar groß. Um hier den gleichen Umsatz zu erzielen, bräuchte Apple nur 2 Prozent Marktanteil. Und das ist natürlich nicht so viel. Aber es ist alles noch offen. Aber die Fantasie ist natürlich da. Die ist jetzt sogar wieder konkreter. Die Aktie ist nachbörsig 2 Prozent gestiegen. Jetzt sind wir hier im Minus. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber nachbörsig gestern ging es 2 Prozent rauf. Ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel an der Geschichte, dass Apple wirklich in den Automarkt geht. Auf der anderen Seite, es gibt nicht mehr so viele Märkte, wo man hin kann. Und es gibt vor allem nicht so viele große Märkte. Und dass Apple Soft- und Hardware machen kann, das ist ja das Ziel. Man will Soft- und Hardware für das Auto bauen. Aber das Auto soll am Ende dann auch den Namen Apple tragen, nur nicht den des Partners. Das ist auch ganz interessant. Also viel Fantasie und vielleicht neue Dynamik für den Kurs. Aber unabhängig davon, Apple auch ähnlich wie Amazon einfach mal dabei bleiben. Und es gab ja zuletzt auch einen kleinen Rücksetzer. Von daher vielleicht auch jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit. Ja, die Zahlen waren ja erstklassig. Und insoweit ist alles gut. Okay, ein Thema haben wir noch. BWD. Da hast du auch ein paar Absatzzahlen dabei. Es gibt aber auch ein ziemlich wildes Gerücht. Und zwar, dass Tesla einsteigen könnte, bei BWD sich einen Anteil von 20 Prozent sichern könnte. Ist da was da noch aus deiner Sicht? Ist das sinnvoll? Ja, das ploppte irgendwann, ich glaube, gestern Morgen auf in Hongkong. Und es war auch relativ konkret. Es wurde sogar schon gesagt, 36 Milliarden zahlt Tesla dafür. Das wäre ein Aufpreis von ungefähr 80 Prozent gewesen auf den aktuellen BWD-Aktienkurse. Also recht ordentlich. Und ich habe dann gleich gedacht, naja, das halte ich für unwahrscheinlich. Wobei, wenn man mal genau darüber nachdenkt, so sinnlos wäre das gar nicht. Klar ist Tesla alleine auch ganz gut in China unterwegs. Aber man hätte noch mal einen starken Partner, der auch Batterien produziert. Und die 36 Milliarden, die kann Tesla mittlerweile locker stemmen bei dem Börsenwert. Das wäre auch kein Problem gewesen. Und ich glaube aber trotzdem, wenn es nicht Tesla ist, dass irgendjemand anders in naher Zukunft mal ein Bein in BWD reinstellen wird, sich irgendwo beteiligen, wenn es auch noch strategisch ist, vielleicht auch ein bisschen mehr. Denn BWD ist wirklich so gut aufgestellt, dass es hier für Autohersteller, die eben noch nicht so weit sind im Bereich Elektromobilität, ein guter Schritt wäre, einfach zu sagen, hey, ich beteilige mich an BWD und mache das nicht selber alles. Also ganz hochspannend. Es gab noch mehr spannende Sachen. Wie gesagt, Absatzzahlen gab es heute. Gestern kamen die schon raus. Man hat Elektroautos gut 20.000 verkauft im Januar. Das sind im Vergleich zum Vorjahr plus 180 Prozent, was natürlich sehr gut ist. Aber im Vergleich zum Dezember im letzten Jahr ein Rückgang von 30 Prozent. Jetzt muss man wissen, dass der Dezember in der Regel ein sehr starker Monat ist für Autos, gerade für Elektroautos. Und der Januar ein eher schwacher. Also insoweit passt das alles. Am Ende vom Lied hat die Credit Suisse gesagt, die Zahlen sind über unseren Erwartungen. Wir heben das Kursziel an auf 300, ich habe es mir aufgeschrieben, ne, 330. Umgerechnet sind es 33 Euro etwa. Also insoweit alles gut bei BWD. Und ich glaube, mit der Aktie werden die Leute, die sie haben, die werden damit noch viel Freude haben in diesem Jahr. Und du hast das vor kurzem gesagt, 55 Euro ist glaube ich dann. 55 ist mein Kursziel für auch zwölf Monate. Langfristig, glaube ich, sehen wir auch drei Städte-Kurse im Euro-Bereich. Im Hongkong-Dollar sind wir schon da, aber im Euro-Bereich dann auch. Und wir werden es genau beobachten. Ich danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.